Einen wunderschönen guten Tag. Stumm. Wir haben Freitag. Wir sind beim Einkaufen gewesen. Wir sind bei Norma und bei Netto gewesen. Mein Schatzi macht jetzt den Food Haul. So, gekauft worden. Einmal Knusper, weniger süßes Hafermenü. Hafermüsli. Dann haben wir drei, sechs, sechsmal Katzenfutter, damit die Katzen nicht auf Diät gehen. Oder FGH. Lass es in den Kopf, das können wir nachher wechseln. So, dann haben wir gekauft. Einmal ein paar Äpfel. So ist besser. Einmal ein paar Äpfel. Ein paar Bananen. Nein, nicht Chiquita. Zwiebelmettwurst. Maxi King. Nicht für die Kinder. Die sind ja auch nicht am Wochenende. Ähm, Spargel. Dazu sage ich jetzt nichts weiter. Scharf. Edel Salami. Nochmal Zwiebelmettwurst. Dann haben wir einmal Durst. So. Butterkäse. Wie, was ist das? Ach, Geschirr rein, lieber Tag. Achso, wieso kaufe ich eigentlich Geschirr rein? Ich hab's für die Schuermoscheele gerade nicht. Das musst du, glaube ich, selber fragen. Ich frage mich gerade auch. Dann haben wir zweimal Edelmer. Nein. Ach, Emmetal und Edelmer. Entschuldigung. Lesen, Schatz. Ich kann nicht lesen. Ja, ich merk's. Schwarzwälder Schinken. Einmal Zucker. Das ist nichts. Damit ich noch siester werde. Genau. Hüttenkäse. Meine Meinung gehört ja den Müll, nicht den Kühlschrank. Oh, das ist lecker, Schatz. Ich rede, dich du. Einmal, einmal Geflügel, Johanna. Äh, Magmatadella. Entschuldigung. Was ist das? Kreis. Basmati-Reis. Einmal Basmati-Reis. Einmal Basmati-Reis. Und dann haben wir nur noch Getränke. Ach so. Dann weiße Böhnchen. Und... Was ist das für ein Schrott? Edamame. Ich habe einmal für mich zum Probieren Edamame mitgenommen. Und dann mal zum Probieren. Getränke habe ich auch noch mitgenommen. Ich habe einmal Apfelwasser mit, zweimal Himbeerwasser, zweimal Spezies-Siro und einmal Cola-Siro. Und ausgegeben habe ich im Ganzen ungefähr 80 und ein bisschen was. Genau. So. Jetzt komm, Schatz. Du darfst noch ein schönes Wochenende wünschen. Ich bin gar nicht bezahlt. Was für schönes Wochenende zu wünschen? Äh, Schatzi, du wirst von mir bekocht, umsorgt. Also das ist doch wohl... Eigentlich musste ich fragen, wann ich von dir bezahlt werde. Das ist meine Freitag. Ich bin nicht arbeiten. Also, Herrschaften. Schauts weiter schön auf der Welle bei YouTube. Gibts schöne Likes. Habts schönes Wochenende. Und Bye-bye. Tschüss. Und Bye-bye.